Bhagavad Gita, zweites Kapitel Inhalte der Gita zusammengefasst Vers 1 Sanjaya sagte, als Madhusudana, Krishna, Arjuna, voller Mitleid und sehr betrübt sah, die Augen gefüllt mit Tränen, sprach er folgende Worte. Erklärung Materielles Mitleid, Klagen und Tränen sind ein Zeichen dafür, dass man sich in Unwissenheit über das wirkliche Selbst befindet. Mitleid mit der ewigen Seele zu haben bedeutet, selbstverwirklicht zu sein. Das Wort Madhusudana ist in diesem Vers von Bedeutung. Denn Shri Krishna tötete einstmals den Dämonen Madhu und nun wollte Arjuna, dass Krishna den Dämonen der Täuschung vernichtete, der ihn überkommen hatte und davon abhielt, seine Pflicht zu erfüllen. Niemand weiß, worauf sich Mitleid richten sollte. Mitleid mit der Kleidung eines Ertrinkenden ist sinnlos. Ein Mensch, der in den Ozean der Unwissenheit gefallen ist, kann nicht dadurch gerettet werden, dass man nur sein äußeres Gewand rettet, den grobstofflichen materiellen Körper. Wer dies nicht weiß und um das äußere Gewand klagt, wird Shudra genannt. Arjuna war ein Kshatriya und deshalb wurde ein solches Verhalten nicht von ihm erwartet. Shri Krishna jedoch kann das Leid der unwissenden Menschen beenden und mit diesem Ziel wurde die Bhagavad-Gita von ihm gesungen. Dieses Kapitel führt uns durch ein analytisches Studium des materiellen Körpers und der Seele zur Selbstverwirklichung, wie sie von der höchsten Autorität Shri Krishna dargelegt wird. Diese Verwirklichung wird möglich, wenn die Handlungen in der gefestigten Erkenntnis des wirklichen Selbst gründen. Das war's für heute.